Wieso ist er blind? Oho, Jasuo Gold 5 Jasuo Gold 5 Du bist auch Gold 5 Gold 4 Oh mein Gott, wer ist denn in der Bot Lane? Nur wenn sie mir nützlich sind Scheiß Riven und Pantheon Es wird lustig Ok Ich glaub wir können gehen Ne, was ist in der Mitte? Oh ne, die Jasuo, bitte Ja, schaffst du schon Ich komm, ich wär in der Bot Lane jetzt Okay, ich hör ab Bist du einfach gemacht? Was war das? Was war das? Was war das? Warum gehst du den Weg? Warum gehst du den Weg? Weil ich da noch ne Wad nebenbei platzieren wollte Okay Da ist doch schon ne Wad und du platzierst da noch ne Wad Io Blenden Okay? Okay Okay Die spielen so aggressiv, ey Hey, du gehst schon zurück und du hast nicht mal ein Minion Ja, was soll ich machen? Ope Ja, das ist ein bisschen scheiß, die sind 100 Pro Primate Ja Hast du das mal geschaut? Ja, ich hab geschaut vorhin Die sind Primate mit, äh Habe ich noch Nase so auch Oder Jasuo ein Tendenzen Ach man Was denn ranket waren die? Gar keiner? Doch So ist Gold und äh 13 Silber 5 und der andere ist äh Habe ich Bronze oder so Habe ich nicht gesagt, ich spiel nicht gerne 5er mit guten Menschen Wieso ich habe ja den Goldspieler Ja, trotzdem der Silber oder sowas bei mir unten da Ja, wow Silber, brutal stimmt Ich komme noch an ranket Das ist traurig Hey, der lässt ihn doch mal hierher kommen, Mann Ja, der muss schon jetzt mal was tun, ich denke Alter Was geht mit denen ab? Und ich glaube da... Alter Gehst du grad rein? Ja Und dabei ist glaube ich sogar... Ah, verdammt Gehen leider ab Ich glaube Riven ist gar nicht so schlecht Ich glaube Riven ist gar nicht so schlecht Ich glaube Riven ist gar nicht so schlecht Ich glaube Riven ist auch nicht so schlecht Leider nicht, ne Aber du hast ein scheissartiger Carry gegen die Ne Ne Woher soll ich wissen, dass Riven und Pantheon bauen sind? Ja, ich... Weiß Das ist nicht so funny, Bitch Ne, ne, ne Ne, ne Jetzt nicht weiter drauf gehen eventuell Ich habe bisschen Angst um dein Leben Und um mein Leben sowieso Den haben wir, den haben wir Ja, haben wir gar nicht Schon dein Leben, komm zurück Übrigens wenn du weiter drauf gehst, sagst du mir bitte Bescheid ja Weil eventuell... Ja, jetzt gehe ich sicher nicht drauf Guck mir mein Leben an Ja, ja, ich meine ja nur rein theoretisch Versuch den Prinzip ja Okay Scheiße, ich habe Vollarschkarte gegen die wir soe Wir auch Ja, der Pantheon spielt Support Manu, was würdest du sagen, wo man was unten platziert Genau dort, wo ich jetzt ihn platziert habe Wenn du gleich mal kurz Zeit hast, muss man das schauen Ja, es ist richtig so Richtig so, Manu? Es ist richtig so Das ist der Goldspieler, der darf sich entscheiden Ja, aber meine Freunde spielt auch gut Support Von dem her kannst du dich sagen Es gibt Menschen, die Goldspieler passieren immer nur dort oder so Nee Okay Da war ich Bescheid Da war ich Bescheid, das ist scheiße da war Scheiße Der will zu mir springen Alter, ich kann grad voll nicht farm Sieben farm, danke Sieben? Ja Die andere hat 29 Ja, danke für diese Tolle Information What the fuck Geh weg, geh weg, geh weg Ja Entschuldigung, ich brauch nur noch Mana, das war alles kalkuliert Lass die pushen Lass die pushen Die haben gewardet Ich glaub, die haben gewardet Ja, haben die besucht Ah, Fitten Sollen wir SS pingen? Ich weiß nicht, ob ich drauf gehen soll Nee, ich glaub nicht Ich hab mir SS Nee, der ist wieder da Wer ist von denen? Okay, Herr Karim Jetzt ist er wieder weg Nee, jetzt ist er wieder da Mein Gott, meine Raven Einfach auf Raven Ich versuch's Ich versuch's Ich will dich auch abzuhauen Ja? Hast du die noch? Komm, 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 komm Ja, ich try hard Ah, fuck Die Brüven will mich Scheiße Machst du ab? Machst du ihn dir? Pack ihn dir? Danke, okay, gut Boah Das ist das gar kein Köln Okay Ich hab mir gesagt, ich bin ein guter Supporter Ja, gut, danke Jetzt hab ich Angst vor dem Jungler Hm, ich bin da und kann Farben, nimm du das Info Ja, ich versuch nur ein bisschen die Lane zu pushen, damit die ein bisschen vorwärts kommen Ich mach mal ein Award Wäre durchaus vielleicht lieb Krieg mal den Tower ein bisschen Das mach ich gerade, ja Hast du keinen W? Äh, ich hab nur noch sehr wenig Mana, ich hab Angst, dass Brüven jetzt gleich irgendjemand kommt Ich, äh, zurück Okay, gehen wir zurück Gehen wir zurück Gehen wir zurück Okay, ich geh weg, ja, ja WTF, der lässt einfach den Mid-Tower fallen Ein Gegner wurde getötet Lol Geh, geh ganz weg, geh ganz weg Ein Verbündeter wurde getötet Okay, okay, okay Der Gegner hat einen Turm zerstört Was? Was? Hat der einfach noch sesslich Leben, ey Oh, Katharina, beginn dir Bist du gestorben? Ja, ich bin gestorben Ja, ich bin gestorben Äh, weil, äh, äh, Pantheon nicht gegank hat Ich hab gedacht, du gehst zurück Ich bin ja zurückgegangen Aha, oh mein Gott, der Schaden Okay Fuck Hey, Pantheon ist schon Level 6, wie geht denn das? Äh Okay, hier aber gleich meine Ulti Alter Würde ihr mich echt verarschen? Ja, ich hab meine Ulti Das wird lustig jetzt Ich hab ja den nachschaffen Willst du reingehen? Wow Scheiße, die ist geflasht Jaja, klar Die ist geflasht Oh, Pantheon Oh, Pantheon I care for Äh, Harp Okay Ribbon hat keine Ulti mehr Aber pass auf, pass auf Oh oh Ja, genau Deshalb bin ich gestorben Aber scheinbar hat er es jetzt für Ja, die spielen richtig aggressiv, ey Ja, die haben richtig dicker, ja Ich hab gedacht, du killst den noch Ich war auch ziemlich knapp, der hatte noch 60 Leben Willst du engagen? Ne, ich glaub nicht Lissing kommt Lissing kommt runter Ich hab jetzt keine Ahnung mehr Äh, was hast du da jetzt grad versucht? Ja, der Lissing kommt, deswegen Ja, aber dann Warte doch, bis er da ist und nicht Der Hackerin kommt Oh Gott, der Jetzt hab ich natürlich Angst Ja, die gehen auf dich Ja, das ist ja wohl klar Kill him! Ey, try hard! Aber ich hab auch nicht gedacht, wir leben, dass ich irgendwas machen könnte Das ist ja total gut von Lissing, aber naja, was soll ich da machen? Ah, die töten mich jetzt, wenn ich hier stehen bleibe Verdammte Kacke Ich komme Oh, nice Der Hackerin ist da Ja, so ist ihn traurig, ne? Also bist du ja hinter dir Wo ist der? Scheiss, der läuft mir viel zu schnell Ja, so wird auch Ja, der ist da Ah, 0-2-2, ey Wie meinst du zwei Assists? Besten Dank Dann mach ich, dass du keine, ne? Hey, die Riven ist 1-2-1 Und der Pantel 1-1-2 Also von dem her Ja Ja Ey, wie die spielen, das fack mich total ab Kein SS, oder was? Oh Oh, ist der in der Mitte? Das war überraschend Bist du drauf? Pantheon hat kein Ulti mehr Und kein Flash GG Wart mal Kämpf einfach nicht Oh, Pantheon, komm Pantheon Okay, renn, renn, renn Ja, der kommt jetzt zu dir Ja, kein Problem Pass auf Der hat kein Flash, ne? Mhm Ich konnte nicht warden Du passt immer noch auf, ne? Ja, der ist 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 Ich hab' auch gemessen Eigentlich sollte der Lissing jetzt kommen Heke, weg, weg, weg Äh, der ist wieder da Der ist da, der ist da Könntest du da Oh ja, das ist für mich eine Doppeltätung Scheinbar nicht Ja, doch Doppelkill Oh Gott, ey Leo, nicht jetzt Da, ist mein Doppelkill Ja, okay Okay Nein Ah, schöner Doppelkill What the fuck Hässliche Ich hab' keine Schuhe Also keine richtigen Hässliche Da, ja Gedabt ich kille die jetzt beide Äh, Falsch gedacht Oh, deryyn müsste mal viel mehr ganken gehen, ey Das stimmt nicht so viel im jungle der hat 2 kills aber kein einziger assist ja der hat sich auf der board lane gekillt ja aber das war verdient ich hätte lieber riven spielen sollen die kommen die kommen ja ich sehe es oh der pantheon ulti wir können drauf ich hab ulti ne 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 da hinten ist noch jemand glaub ich ich hab grad meine ulti videos um abzuhauen pantheon geht top ne pantheon ist weg ja also pantheon ist halt da amtschillen willst du nicht farmen? ne das geht schlecht wicken richtig ätzend was sie da treiben ja komm geht rauf geht rauf ja ich denkst ich hab haaaah lol jetzt kommt er wenn niemand da ist hee du misst gebohrt ja guck mal die mitte an ja ich will dich dazu retten ja ich will dich dazu retten das ist halt scheiss wenn die schwirme und dann der einfach meine mitte einreist mach' drache 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 what the f′ck w admitt FBI Statt über Gold ja aber spielt nicht so gut und ich will machen wir mit der Busch hat einfach wünscht ihr okay dann ja guck ulti ich hab ulti go 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 ich möchte aber nicht in der Mitte sein scheiß ich hab mich verfehlt ok der ist da, der ist da, der ist da komm schon er rennt zu Riven, pass auf warte, warte, chill chill ja komm, hilf mir komm zu mir, renn zu mir tut mir leid der hat so wenig Leben und niemand ist mir gefordert einfach niemand ich kann nur mal, äh Katharina, willst du versuchen zu mir zu kommen? du bist ein Torf hiel dich hoch, du Bitsch, okay, schade ja, war mein Lebensraub nicht gut sauer? nein, du warst doch nicht sauer nee, war ich nicht lieber Tiff, ja sauer ja, es war's, du hast so wenig Leben, das war ein Freakill ja, ich hab's gesehen, ich weiß, aber ich konnte halt wirklich nichts machen ich hab ja versucht, wahrscheinlich hätte ich was machen können, wahrscheinlich hätte das ein Pro geschafft ja, hihihi, aber was war's, ne? ja, ja 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 Damit ihr überhaupt noch etwas Positives bekommt. Ah, ne SS, die kommen in die Mitte. Und vor allem, du hast doch den lowesten Form momentan, ne? Ja. Das ist weniger als ich? Nein, nein, du hast nur 8. Ja, hoffe ich mal. Oh. Ein Verbündeter wurde getötet. Mach die Golems, wenn sie da sind. Oh, oh, rennen, rennen. Wir rennen. Wir können nicht die killen. Denkst du, da hast du ein nerber. Wo gehst du hin? Ich renne. Ich renne, ne renn, renn weiter, renn weiter. Wir können die beide killen, ich weiß gar nicht, was du hast, ich weiß nicht, warum du so wenig Schaden machst. Ich weiß auch nicht, warum ich so wenig Schaden mache, weil ich gar nicht schlecht bin. Da ist hier Karim, der hat da gewardet. Herr Karim ist nicht da. Ich meine, er hat ja, und du weißt, dass er genau da gewardet hat, ne? Ja, aber wir haben auch gewardet, wir könnten die jetzt voll engagen, das meinte ich. Warte, warum spielt man gerade in einem normalen Game? Hallo. Ja, was dann? Entweder, entweder gehen wir jetzt drauf, oder wir lassen's. Ja, okay, wir gehen drauf auf Ulven, hopp, hopp. Oder Pantheon, Pantheon. Scheiße, die machen ja anders Schaden. Ja, ich muss da leider rausflashen, sonst wäre ich sofort geschehen, okay, Karim hat mich nicht gesehen, sehr schön. Wer hat mich gesehen? Alter. Scheiße. Ey. Ey, was macht ihr alle da? Was macht alles Sinn? Der holt sich jetzt mal red. Okay, kommt ihr mal in die Mitte. Wie hart du bist. Jetzt gehen die zu Lesin. Da ist Yasu, oder? Ich glaube, der ist richtig fett. Was? Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott, das Team, ey. Einfach was schlimm. Vielleicht sollte ich mich leicht verbessern. Ich glaube, wie schon gesagt, schau einfach mal mein... Hey, du hast 1,6? Ja, schau dir mal in der Geschichte an, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Wow. Yasu ist wirklich eine kleine Skin. Ich glaube, der hat 25 Dollar gekostet. Ich kenne nur für ein Ziel, aber ich... Ja, wo sind denn die ganzen Gegner? Jetzt geht ihr alle auf die Top-Blinder. Ich wollte mich verarschen. Wieso? Ich folge nur meine Mitspieler. Wir versuchen... Okay, Piazoha, Fiona. Ich versuche mal Bots zu deffen. Wir sollten alles deffen. Ja. Kann aber nicht alles deffen. Oh, so macht Dragon Geh lieber weg Aber wir können dich killen Ja, wenn du da bist Ich bin da Wo ist sie hin? Da, wo ich grad bin Oh, Pantheon kommt Verdammt Ich muss mal wieder weg GG Ja, ich bin tot So eine Kacke Hey, die spielen einfach zu gut, hey Ich weiss gar nicht, was die machen, hey Ich weiss nicht, was ich mache, um ehrlich zu sein Ich hab 85 Fall Und ich bin Level 10 Ja, die sind beide Level 13 und 12 Ja, ich bin grad unter Levelteils der Jungler Das heißt, du hast in dem Spiel vollkommen versagt Also ich, ne? Also du, ich, ne? Also ich Ich sag zu mir selber ab, du Wenn du verstehst Ja Ja Ach, der geht mir nicht Ach, der geht mir nicht Ach, der geht mir nicht Oh, der stirbt Kill ihn Kill ihn Kill ihn doch Was macht der? Was macht der? Ah, jetzt rand den weg Und der Drache ist da Töten? Ja Ja Wenn der Lesin das nicht macht Habt ihr den gleich? Ja Habt ihr gut Ja Top Sie können top Verklemmere Oh, okay Wir können dann die Sperren machen Sicher? Ja, jetzt schon Der Lasus ist nicht da Ah, jetzt ist schon zu spät Guck mal auf den- Auf den Baron das auch kommt der Nasus Ja ja ja, ja, jetzt stirbst gleich Ja, und dann stirbst gleich Denn, weil den Nasus Guck mal was macht der? Der trug sich lieber weg WTF Den sollen wir eigentlich packen Ja, ich hatte noch Mana Äh, du stirbst grad Aber du musst tanken, Smilo Ja, ich will Ja, ich will Ja, du musst tanken, Smilo Super, Leonhard. Der ist groß. Alter. Scheiiiins! Ich glaub's nicht. Ey, diese dumme Nase sehr ohne Scheiß. Der macht mir Kopfschmerzen negativ. WTF? Ich dachte, der kommt dann farmt den Top und teleportiert sich auf die Botte. Ich dachte, WTF? Ja, ja, GG. Hey, hattest du Ulti? Ich hatte wahrscheinlich Ulti, aber ich hatte nicht mehr genug Mana. Das war halt so das Problem. Wir hätten es locker geschafft, hätte ich genug Mana. Hatt' ich aber leider nicht. Schnauze. Oh, machen die vielleicht gar Barron? Nein, der lebt noch. Oh, der Barron. Nein, der lebt noch. Braves Barron. Ja. Achtung. Oh, ja. Oh, mein Gott, diese Kuh. Egal, lass es. Jetzt sollten wir Barron machen. Sicher? Ja. Ja, komm jetzt. Okay. Ja, wenn Nase sind alle da, sind dann schon. Oh. What? GG Telekom, GG. Oh, okay, ich bin tot. What? Wieso leben die da noch? Wieso leben die da noch? Hm. Hm. Hmhmhmhm Hallo? Ja? Hallo? Ja? Und ich hab grad ziemlich... Ich hab euch grad über Handy laufen, weil mein Computer scheinbar sagt, so ne, schreibt und zündigt jetzt bei dir nicht mehr. Das heißt, ich hab euch jetzt über Handy. Ich bin mir... Busch Mitte, äh, bis gestorben, klar. Mal wieder, ich. Der Drache ist da. Na ja, komm, lass doch machen. Und sich nicht hin zu Tschüsse, ne. Das ist ein Wort beim Drache. Ja. Was macht der Nasus da? Ich weiß es nicht. Der macht gerade feucht gegen vier Leute. Ihr schafft es ja so halb. Was ist so halb? Wir zerfegen die voll auseinander. Okay, ich bin doof. Jetzt stirbt er. Brauche ich auch. Report ja zu für Feed and Flame. Bitches. Ich will nicht reportet werden. Lass mich in Ruhe hier, Bitches. Ja, die Flame bestimmt wegen mir, weil ich voll gefeedet bin. Noch hoffentlich. Ach, ich muss ja mit dem Wett schnappen. Der verlierst du eh. Ja, dachte ich mir auch schon gerade. Lass es lieber. Habe ich schon, tut mir leid. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen farm und scheiß auftöten. Weil so hat das voll keinen Sinn. Oh, der Nasus ist da. Guck mal, jetzt Hackereme. One-Shot. Diese Lappen. Du hast Ulti geused für das. Ich habe ja nicht mehr einen großen Cooldown. 20 Sekunden habe ich wieder. Ich habe die Raven ewig nicht mehr gesehen. Auf Kugel, glaube ich. Oh, hoffentlich, ey. Die hat keinen Bock mehr gehabt, gegen mich zu spielen. Hatties Level 16. Ja, da wird ja einfach gut. Ich glaube, ich will mal topf fahren. Wenn ich schon wet habe, dann muss ich es ja auch. Okay. Bitte geht gerade die Party ab. Bitte, der Turm. Ja, ich denke, der fokussiert mich. Mitte, Mitte, Mitte. Das ist mir gerade so aufgefallen. Scheiße. Ich werde mich alle fokussieren. Hörst du wahrscheinlich an. Geh weg mit deinem Brot. Du bist so dumm, Smilo. What the fuck? Guck, du hast uns jetzt alle in die Scheiße geritten, ey. Ja, danke. Okay, well played. Wie fokussieren wir eigentlich? Die Riven oder Pantheon? Yasuo? Yasuo hat acht... Ja, okay. Ist ein bisschen schwer. Wieso? Ich denke mal, Yasuo ist der un- tankigste von denen, oder nicht? Un- tankigste. Ja, also, würde ich ja nur sagen. Der un- weekste. Ja, psch. Äh, ich hab's 6.00 abfee, alter. 600 AP? Ja, 6.00 abfee. Kommt schon. Noch ein bisschen schneller. Können wir den Assists ja reißen? Ja, das sind... Ich bin doch genau so. Guck. Jonah, kannst du den noch... Pass auf. So. Ich geh mal kurz Portland vorn. Da sind sie auch noch da. Die machen mir Sorgen. Katerina, bitte aufpassen. Gerade sind zwei Leute aus der Mitte verschwunden. Ja. Ich mach sie beide platt. Okay, viel Spaß. ja okay wenn ihr das sagt silber und gold spieler weg 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 wieso weg weil nasus und lässt sind zu weit weg sind und wir nicht wissen ob der nasus von den teleport hat er hat einer wo der radius und wir nicht wissen wo der rest der ist es gerade in die top lane also doch getroffen oh mein gott nämlich verarschen werden dann okay ich müsste nicht zurück in die base zuerst ja ich auch komm lass einfach in die base zuerst wer kommt die greift mich hin nicht an die weiß die gefühlt ich bin so dumm wird sie auch nicht sein denke ich was wollen wir die nicht töten scheinbar nicht alle ein bisschen zu spät ja alle minimal wie cool war das denn die kummer nasus okay ich bin schon vorbei also es war uns gar nicht so schlecht der stirr so greedy jetzt mal jetzt sollen sie bär machen wenn fokus sind wir ich mache und dann do it ja ok go ok das hat um ich schnell ich mal wieder tot das ist eine richtige kombo mitte 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 ich habe nicht gemeint du sollst reingehen und uns machen das ich habe mich sogar reingeflasht ja eben darum ich kann denken ich kann denken macht aber schnell da kommt schon ich habe mich fertig gemacht ich habe mich fertig gemacht das war der minion das soll diese lösin hat fertig gemacht nicht schlecht habe ich gespielt war ja ich war auch mal wieder vorne ist gut